Herzlich Willkommen bei Easy2Shade. Wir wollen euch heute ein neues Produkt von uns vorstellen und zwar ist das Easy2RollUp. Easy2RollUp ist ein aufrollbares Sonnensegelsystem für die Selbstmontage und wir zeigen euch heute mal wie das ganze funktioniert und was das für Vorteile hat. Wir haben hier oben eine Welle in dem es im Wesentlichen ist mit hier einer Aufrollfunktion. Die Welle in unserem Fall von einem Mast zu einer Wand hinüber wird diagonal ein Segel in beide Richtungen gegeben. Die maximale Wellenlänge betrifft hier sechs Meter. Man kann also wirklich große Segelflächen von maximal 35 bis zu 42 Quadratmeter beschatten und diese sehr individuell. Wir werden euch jetzt mal zeigen wie das ganze funktioniert. Es ist so, dass ich am Teleskopmast stehe. Oben ist die Welle angebracht, in dem Fall hier mit der Aufrollfunktion. Wir haben zwei Seile, die jeweils zu den verschiedenen Segelecken führen. Die werden hier umgelenkt zu einer One-Point-Bedienung. Diese Seile sind hier festgemacht mit einer Auto-Release-Klemme. Diese Auto-Release-Klemme, die wird hier in diesem Kanal festgemacht von dem Teleskopmast. Die ist dafür da, dass bei starkem Wind zum Beispiel die Klemme nach oben klappt und das Segel freigibt, damit keine Schäden entstehen können. So, ich zeige euch jetzt wie man das ganze bedient. Ich mache mal beide Seile von dem Segel frei, nehme sie in die Hand und öffne hier das Seil für die Rolle, das im geschlossenen Zustand fixiert wird. Jetzt ziehe ich an diesen beiden Seilen und wir sehen hier, dass sich das Segel gleichzeitig öffnet. Voila. Ich nehme die beiden Seile wieder, hake sie hier fest, ziehe einmal noch in der Mitte mit der Umlenkung, fixiere das hier. Voila. Und wir haben ein aufgespanntes Sonnensegel, in dem Fall ungefähr um die 25 Quadratmeter. Was wir speziell auch designt haben, ist ein eigener Mast, der für Sonnensegel entworfen worden ist. Das ist der Teleskopmast. Teleskopmast besteht aus zwei Teilen und zwar einem 78 Millimeter Grundmast mit einem 5 Zentimeter Mast, der eingeschoben ist. Er kann von einer Höhe von 2 Meter auf 3,50 Meter hochgeschoben werden. Der Vorteil von dem Mast ist, er hat eine integrierte Höhenverstellung und ich werde euch das mal zeigen, wie das funktioniert. Man kann das Segel, wie es oben ist, jetzt nach unten ziehen. Man kann das Segel hier ausspannen und man kann das Segel hier wieder einhängen. Voila. Und man kann das Segel ganz nach unten ziehen. Was hat das zur Folge? Ich kann mit einer Höhenverstellung mache das Segel erst lebendig. Eine Höhenverstellung kann ich den Schatten justieren. Bei sinkender Sonne, also gegen 15, 16, 17 Uhr oder am Abend, kann ich das Eck des Sonnensegels so weit runterstellen, dass mich die Sonne nicht blendet. Und auf der anderen Seite ist es auch optimal für den Wetterschutz, da ich das Segel so justieren kann, damit auch der stärkeren Regen immer die Neigung so angepasst wird, dass der Regen immer dem Sonnensegel entlang runterringt. Und dasselbe zeige ich jetzt noch bei der Welle. Kann man das nämlich bei diesem System auch machen. So, hier beim Punkt, wo die Welle ein Masten angemacht ist, auch hier kann man die Höhenverstellung machen. Ich zeige mal, wie das funktioniert. Man schraubt hier den Masten auf und kann die Welle in der Höhe verstellen. Lass ein bisschen das Segel nach, fixiert dieses wieder und spannt hier das Segel sozusagen nach. Voila! So, und auch dieses hat den wesentlichen Vorteil Sonnenstand und man kann das Regenwasser entlang der Welle abbringen lassen. Also ein wirklich flexibles System, das man für die verschiedensten Einsatzzwecke und vor allem für die verschiedensten Situationen vor Ort verwenden kann. Also, ich hoffe, ich konnte euch die Funktionalität des Easy-to-Roll-Ups hier etwas näher bringen. Alles in allem oder auf den Punkt gebracht ist das Easy-to-Roll-Up, ein Sonnensegel-System, mit dem man sehr individuelle Außenbereiche kreieren kann. Und das bis zu einer maximalen Quadratmeter Anzahl von 35 bis ungefähr 45 Quadratmeter. Und weitere Informationen diesbezüglich findet ihr unter www.easytoshade.eu und dort findet ihr auch weitere Informationen über Stoffe, über Zubehöranlagen und wir haben hier einen eigenen Konfigurator, der euch durch euer Projekt durchführt. Easy and out.